Als Regierungschef und als Obmann der Volkspartei habe ich heute mit dem Team der ÖVP-Regierungsmitglieder beraten. Und wir sind übereingekommen, dass wir selbstverständlich als überzeugte Demokraten akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gibt. Es war notwendig, wieder einmal Kampfgeist in das österreichische Volk zu tragen. Es war notwendig, wieder einmal zu kämpfen, wie wir es und unsere Altborden gewohnt waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017